Die Wüste Sie einsperren. Ich fürchte, der Kult, der die Region heimsucht, wird versuchen, sie für ihre lästerlichen Zwecke zu missbrauchen. Wenn ihr es wagt, könnt ihr versuchen, sie zur Ruhe zu betten. Aktiviert die Totems, um die Geister freizulassen und seid auf einen Kampf vorbereitet. Könnt ihr ihre wütenden Stimmen hören? Es verbleiben noch immer einige von ihnen. Nur noch eins. Das Heulen der Geister Geister lässt nach. Ihr habt ihnen Ruhe verschafft. Halt! Hört ihr das? Der Zirkel! Hört ihr? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben die Pläne des Zirkels vereitelt, aber ich befürchte, sie werden noch andere, dunklere Mächte finden, derer sie sich bedienen können. Habt Dank und geht mit dem Segen Rathmars. So, das war Methan der Totenbeschwerung. Das ist hier so eine Quest, die man da annehmen kann, in die stechenden Winde, wo man dann einfach hin muss in die stechenden Winde mit dem Portal hier. Ja, prima. Wollt ihr was weiteres sehen? Kommt her, ich zeig's euch. Und bis zum nächsten Video.